Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Corporate Security TV. Mein Name ist Holger Behrens und ich möchte Sie durch diese kleine Sendung führen heute. Vielleicht ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin Leiter des Kompetenzzentrums Internationale Sicherheit der Rheinischen Fachhochschule Köln und gemeinsam mit MyBrief GmbH und Potsdam TV haben wir CSTV, also Corporate Security TV, entwickelt als neues Medienformat für die Sicherheitswelt. Und wir möchten Ihnen heute ein paar kurze Personen, wichtige Personen für unsere Sendung vorstellen, damit Sie uns kennenlernen und einen kleinen Ausblick auf die Zukunft geben. Zunächst möchte ich Frau Anna Grostanitsch bitten, zu mir zu kommen. Hallo Anna, schön, dass Sie da sind. Sie sind Key Account Managerin von CSTV. Erzählen Sie etwas zu Ihrer Person, Anna. Hallo, zunächst einmal. Ich bin Anna Grostanitsch und bin angehende Wirtschaftsjuristin und freue mich sehr, hier mein Wissen einbringen zu können als Key Account Managerin und betreue unsere Kunden und bin Ansprechpartner für unsere Werbe- und Kooperationspartner. Welche Kooperationspartner sind das, Anna? Ja, das sind unter anderem der ASW Bundesverband und ASIS International und zusammen mit denen sind wir auf allen wichtigen Konferenzen im deutschsprachigen Raum. Vielen Dank, Anna. Gerne. 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 Untertitelung des ZDF, 2020